Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe die Frage bekommen, ob ich nicht mal wieder ein Schminksammlungsupdate machen könnte. Und ja, das werdet ihr damit heute sehen. Ihr braucht allerdings nicht so eine riesen Schminksammlung erwarten, weil ich bin jemand, ich schmeiße auch immer gerne mal was weg, wenn nicht so meins ist. Oder ich gebe es an andere weiter, wenn ich denke, ich kann es nicht gebrauchen. Ich habe zwar auch ein paar Sachen, wo ich sage, die könnten eigentlich auch weg, aber die brauche ich dann noch fürs Cosplay, weil die dafür dann noch mal gut sind und eigentlich so im Alltag nicht so, aber die brauche ich halt dann trotzdem noch. Aber erwartet nicht zu viel. Also ich habe auch jetzt keine riesen Supermarkenprodukte großartig. Ich habe so ein paar meiner Lieblingsdinger, so Too Faced, Tarts und NYX, MACs, also so ein paar Sachen davon, aber ich habe jetzt nicht so irgendwie 10.000 Sachen da überall davon liegen. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der das alles hortet und nur das Teuerste kauft, weil es teuer ist oder weil es eine tolle Marke ist, sondern ich kaufe auch gern günstige Sachen von L'Oreal oder Maybelline und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein mega, super krasser Schminksammlungsbeitrag hier wird. Also es ist wirklich nicht so mega viel, was ich habe. Wobei ich es für mich persönlich schon viel finde, weil ich denke mir momentan so, hm, du hast schon wieder ganz schön viel gesammelt. Also eigentlich könntest du schon mal wieder ausmisten, aussortieren. Vielleicht mache ich das dann nachher auch mal. Und ich habe nichts extra für euch aufgeräumt. Also so wie ihr das jetzt gleich seht, sieht es wirklich bei mir aus. Das heißt, Schubladen sind ein totales Chaos. Und es sind natürlich auch Make-Up-Flecken auf meinem Schminktisch zwischendurch, weil das passiert einfach echt prozentig jeden Tag ab. Da habe ich auch gar keine Lust zu. Also ich zeige euch die ungeschminkte Wahrheit meines Schminktisches. Und ja, ich wünsche euch dabei jetzt viel Spaß. Und falls euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und dann jetzt viel Spaß bei meiner Schminktisch. Das hier ist mein Schminkplatz im Überblick, mein Schminktisch. Daneben ist noch mein Regal von Ikea, was wahrscheinlich viele von euch haben. Dieses Schubladenregal zeige ich euch gleich. Aber alles nochmal von nahen. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt mein Schminktisch. Den habe ich schon ein bisschen länger. Den habe ich heute zu Weihnachten gekriegt. Und ich liebe den. Der ist super. Ich packe euch den Link in die Beschreibungsbox. Der ist nämlich, glaube ich, von Amazon, wenn ich mich nicht irre. Und ja, dann zeige ich euch jetzt, was alles so in meiner Schminktisch. Dann habe ich hier eine Auswahl an Sachen, die ich immer benutze, stehen. Und zwar habe ich hier Lippenprodukte, die ich gerne benutze. Vor allen Dingen hier die von NYX. Dann habe ich hier von NYX zwei von diesen Illuminating Sticks. Die liebe ich. Die benutze ich auch eigentlich immer, um halt so ein bisschen Glow in mein Gesicht zu bringen. Dann habe ich hier eine Auswahl an verschiedenen Rouges, beziehungsweise diese Illuminating Bronzer und Blush in 1 Dinger von NYX auch. Die finde ich auch richtig, richtig gut. Da habe ich zwei Stück von. Die benutze ich auch eigentlich immer. Dann habe ich hier noch einen anderen Rouge von NYX. Also ein bisschen mehr Pinky. Den benutze ich momentan eher selten, aber der steht trotzdem hier in meiner Box für diese alltäglichen Sachen. Dann habe ich hier meinen MAC Puder, was ich immer benutze. Und dann habe ich hier von Catrice noch so eine Highlighting Palette. Die benutze ich mittlerweile aber auch eher weniger, weil ich ja jetzt diese Illuminating Sticks habe. Und die finde ich echt richtig, richtig gut. Dann habe ich hier noch meine Concealer stehen. Das sind zwei Stück von MAC. Den hier muss ich mir unbedingt nachkaufen, weil der leer ist. Aber der ist echt super. Die benutze ich eigentlich auch täglich. Dann habe ich meine Augenbrauenprodukte hier. Einmal von NYX ein Augenbrauenmascara. Und von Benefit ein Contouring Primer für die Augenbrauen. Den finde ich super. Den habe ich mal irgendwo gratis dazugekriegt. Und den werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Außerdem habe ich hier noch eine Too Faced Better Than Sexy Mascara-Probe. Den finde ich an sich auch ganz gut, bis auf die Tatsache, dass der leider nach einer Zeit ein bisschen schmiert. Ja, und das sind eigentlich so Sachen, die ich auch täglich benutze. So vor allen Dingen halt fürs Gesicht und für die Lippen. Mein Make-up, mein eigentliches Make-up steht woanders. Das zeige ich euch aber gleich auch. Dann habe ich hier weiter oben einmal von Ikea diese Blumentöpfe. Da habe ich hier in diesem Topf einmal meine Augenpinsel. Eigentlich alle, die ich so brauche. Da sind verschiedene drin. Unter anderem von Zoeva habe ich welche. Ansonsten sind hier auch meine Mascaras drin. Den benutze ich jeden Tag. Das ist der Fall Slash Superstar von L'Oreal. Dann so ein paar Eyeliner, also so Gelstifte für die Augen halt. Und ja, hier ist noch von Catrice und Illuminating. Ja, Highlight Stick, würde ich mal sagen. Verschiedene Eyeliner habe ich noch hier drin. Ja, verschiedene Mascaras. Und das sind eigentlich so Sachen, die ich auch immer für die Augen brauche. Vor allen Dingen halt die Pinsel und die Mascaras. Dann habe ich daneben verschiedene Handcremes. Da hinten steht auch noch eine, weil ich brauche immer Handcremes. Ich habe immer welcher Vorrat da. Und ja, dann habe ich daneben ein Balea Body Spray. Das benutze ich gerne im Sommer, genauso wie dieses Parfum von Bath & Body Works. Und mein Aqua Spray, das ist auch für den Sommer echt super. Dann habe ich hier in der Mitte einmal einen Tangle Teaser, ein Eos Lip Balm und mein Schmuckkästchen. Hier sind Ohrringe und Haargummis drin. Ich habe links und rechts zwei Schubladen und auch hier unten eine Schublade. In diesem Schminktisch, die benutze ich allerdings nicht, weil ich ja jetzt das Regal von Ikea habe. Und aufgrund dessen benutze ich jetzt die Schubladen nicht mehr, weil ich das jetzt alles ins Schubladenregal von Ikea reinbekomme. Und ja. Dann habe ich hier einmal meinen normalen Spiegel noch, den ich benutze, halt um mich zu schminken. Hallo. Also vor allen Dingen für näher dran und so. Und ja, genau. Den benutze ich dafür immer. Dann haben wir hier stehen unter anderem eine Tagescreme für das Gesicht, die ich jeden Tag benutze. Das ist Montan, die Baby Young Care Feuchtigkeitsfilet für normale Haut. Ich benutze sonst eine andere. Und zwar nicht von dieser Baby-Serie, sondern eine andere. Die finde ich eigentlich besser, aber die war ausverkauft, wie das so ist. Man hat das Produkt leer, man muss ganz dringend ein neues kaufen und dann ist das, was man braucht, ausverkauft. Aber die mag ich eigentlich auch ganz gerne. Dann habe ich hier zwei Bodylotions stehen. Einfach, weil ich mich immer gerne zwischendurch mal eincreme und ja, dann ist das ganz praktisch, wenn man die hier stehen hat. Dann habe ich hier Pinsel, ganz viele, in so einem Victoria's Secret Kästchen, Schatulle. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Die habe ich neu gekauft. Die sind von Pink Panda, habe ich die gekauft. Und die sind von der Mark Jessup. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Marke ist. Aber die sind ganz gut. Die finde ich ganz schön. Das sind so Gesichtspinsel halt. Dann habe ich hier oben noch eine Lip Butter. Dann ist hier mein Tagesmakeup von Skin79, weil das einfach super sich an meinen Hautton anpasst. Dann habe ich da noch drei kleine Vera Wang Perfumes stehen, so für Reisen und so. Und hier natürlich dann noch meine Gesichtspinsel für den Alltag. Da sind auch verschiedene von Real Techniques, von Zoeva welche, auch No-Name-Dinger. Dann habe ich natürlich auch Lip Liner hier mit drin. Ein Tupierkamm. Also nichts Besonderes. Eine Pinzette noch mit dran. Also das, was man auch eigentlich so immer braucht, ist das alles. Dann habe ich hier oben, um meine Haare wegzumachen, während ich schminke, so ein kleines Tuch mit einem Klettverschluss. Damit ist das halt ganz praktisch, weil dann hat man die Haare nicht im Gesicht. Und da oben, seht ihr es? Ja, ihr seht es. Habe ich mein Beauty Light. Ich mache euch das mal an. Wow! Guckt euch das Licht an. Es ist einfach mega, mega cool, weil es ist wirklich, wie wenn ihr euch bei Tageslicht schminkt und das es perfekt. Kommen wir zu meinem Ikea-Regal. Beziehungsweise zu meinem Schuhlau-Regal. Und da habe ich einmal draufstehen Bücher, die ich noch lesen muss. Beziehungsweise hier mit diesen tollen Buchständer-Books I haven't read. Einfach Brace Spray steht da hinten. Dann meine Fujifilm-Instex-Kamera. Und ein kleiner, süßer Bilderrahmen, den ich zum Beispiel nach Weihnachten bekommen habe, in Form meiner Ananas, wo noch immer ein Bild rein muss. Ja, ich brauche noch ein kleines Bild. Und ja, dann kommen wir jetzt zu den Schubladen. Hinter Schublade für Nummer 1 verbirgt sich das Grauen. Ja, ich habe nicht extra aufgeräumt für euch. So sieht es in meinen Schubladen aus, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich schmeiße das einfach immer wieder rein. Das sind alles hier Sachen, die ich viel benutze. Vor allen Dingen die Paletten. Das sind Sachen, die ich wirklich täglich benutze. Und ich habe keine Lust, das immer wieder zu sortieren. Und ja, hier sind... Ah, hier ist noch ein Kamm, den ich eigentlich nicht benutze. So ein paar alte Blushs, die ich nicht benutze von verschiedenen Marken. Bronzer ist hier noch. Das sind Sachen, die ich so nicht benutze, aber irgendwie sind die ja trotzdem mit drin. Dann Make-Up-Paletten. Hier habe ich zum Beispiel eine von Revolution. Die habe ich neu. Allerdings ist mir die schon kaputt gegangen. Ja, Gott sei Dank nicht von den Farben, sondern nur vom Spiegel. Ähm, die finde ich sehr schön, die Palette. Die ist auch sehr deckend und die ist richtig toll für so Glamour-Make-Up, finde ich. Dann habe ich hier noch meine liebste, liebste Tarte-Palette. Die finde ich richtig, richtig cool. Die habe ich von meinem Freund jetzt zum Geburtstag bekommen. Ähm, Tarte Light in Bloom ist das. Und... Ah, ich liebe diese Farben. Die sind so schön. Damit schminke ich mich auch eigentlich fast jeden Tag, weil die so toll sind. So, ja, normal. So richtige Alltagsfarben und richtig, richtig gut. Gut, und... Hey, Guys! Mit einem riesigen Spiegel auch. Das ist super. Und das ist eine meiner liebsten Paletten mit... Dann habe ich hier ein paar, ähm, Too Faced-Paletten. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ähm, dann auch ein paar Too Faced, äh, Eyeliner. Und, ja, was ist das hier? Kann man das auch als Eyeliner betiteln? Ich glaube nicht so wirklich. Aber die habe ich euch in einem DM-Hall schon mal gezeigt. Weil ich da ein paar Sachen von TK Mix mitgezeigt habe. Ähm, dann habe ich hier eine von Catrice, eine kleine Palette. Die ist auch ganz süß. Die hat so, ähm... Ich würde jetzt sagen, so, das erinnert mich immer so an Märchenfarben. So, so, ganz helle, ähm, mit so ein bisschen Glitzer. Und, ja, mich erinnert das immer so ein bisschen ans Märchenland, so. Total schön. Dann meine Naked 3 Palette. Die ist ganz wichtig. Ähm, meine Scarpt & Glow Palette. Die habe ich euch in meinem Weihnachtsvideo ja auch schon gezeigt. Die ist auch richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, weil die ja richtig schöne Goldtöne als Highlighter hat. Und, ach, die finde ich richtig cool. Dann, ähm, meine Too Faced Cat Eye Palette. Ähm, dann habe ich hier noch von NYX meine Contouring Palette. Ähm, hier ist noch eine Palette von Too Faced. Hier ist noch eine Palette von Klairs. Und da hinten ist noch eine von BH Cosmetics. Sowie noch ein Pinselset, was ich eigentlich wenig benutze, weil die Pinsel nicht toll sind. Das liegt da einfach mit drin. Und, ja, das war meine erste Schublade, wo halt so der Rest ist mit dem ich eigentlich eigentlich auch ein reines Chaos. Hier sind vor allen Dingen so falsche Wimpern. Verschiedene. Da sind noch welche. So ein paar kleine Schwämmchen. Ähm, eine Wimpernzange. Mini Body Lotions. Und, ähm, durch geht's für Reisen. Und Schmuckverpackung. Und eine Tasche. Eine Tasche von Nine West ist da noch drin. Und sonst Schmuckverpackung. Und halt nichts Besonderes. Das ist eine Schublade, wo halt hier alles Mögliche eigentlich drin ist. So alles, was ich noch so an Make-Up habe. Was ich noch so, ja, halt übrig habe. Was ich nicht so wirklich oft benutze. Ähm, ist nicht so viel, weil ich jemand bin, ich, ähm, schmeiße auch gerne weg. Oder gebe an andere Leute das dann weiter, wenn ich es nicht mehr benutze. Weil ich mir denke, so was soll ich mit dem ganzen Zeugs zu Hause, wenn ich das eh nicht mehr benutze. Ähm, aber hier sind so ein paar Sachen, weil ich vor allen Dingen fürs Cosplay noch benutze. Und deswegen sind die noch da. Ähm, diese Organizer-Dinger hier sind von Ikea. Da habe ich zum Beispiel einmal so durchsichtige Haargummis drin. Die kann man immer gebrauchen. Ein paar Fümproben. Ähm, ein paar Concealer. Und so ein Fit Me Stick von Maybelline. Den finde ich ganz gut, muss ich sagen. Hier so ein paar Eyeshadows. Ähm, den hier habe ich zum Beispiel auch mal nur für ein Cosplay gekauft. Das ist so ein Gel-Eyeshadow. Also so, ja, so ein etwas, ich weiß auch nicht. Das ist ganz komisch aufzutragen, aber das Cosplay ist ja super. Ähm, Eyeliner. Einmal einen weißen und einen schwarzen. Auch fürs Cosplay eigentlich nur. Hier ist noch ein, ähm, Concealer. Dann hier von L'Oreal so eine Infectible Sculpt Palette. Die fand ich nicht so gut, aber irgendwie habe ich die trotzdem noch. Ähm, hier hinten sind einmal die Eyeshadows, die in meinem Allianz-Kalender von NYX dabei waren. Und noch so ein paar Eyeshadows von Catrice. Ähm, hier ist noch ein Make-up. Hier sind Lipgloss, Lippenstifte. Und Lipgloss ist halt alles so, vor allen Dingen auch von NYX wieder viel dabei. Ähm, hier sind so Pröbchen. Und, ähm, auch so ein paar Clear Stripes. Dann, ähm, alte Puders und alte Rouges, die ich nicht mehr so wirklich benutze. Hier ist mein Eyeshadow Primer. Der ist von Adeco. Ähm, beziehungsweise Eyeshadow Base halt. Und wie gesagt, noch so ein paar andere Eyeshadows halt. Alles, was ich wirklich nicht mehr so oft benutze. Also nichts Besonderes. Sind ganz normale Marken L'Oreal, vor allen Dingen Essence. Ähm, ja, solche Sachen halt. Viel Nicks auch. Und, ja, nichts, nichts, äh, Weltrele. Nichts Relevantes. Eine Stück weit tiefer findet ihr auch nichts Interessantes. Hier habe ich einmal die Verpackung von meinen Too Faced Paletten. Das war ja diese Weihnachts-Edition Box. Perlen Ketten von meiner Uroma. Und mein Haaraccessoire von meinem Video und meinem Karnevalsoutfit. Ähm, in der Box sind ganz viele Haaraccessoires, die ich immer so benutze. Und da hinten sind Verpackungen von, von Pinseln. Und, ja, wirklich nichts, nichts Besonderes. Sondern so das Zeug, was man auch so selten macht. Und dann sind wir auch schon ganz unten angelangt. Hier ist wirklich gar nichts Spannendes drin. Da ist meine Kameratasche und so ein paar Make-up-Bags. Für halt Reisen. Und sonst ist da wirklich nichts Besonderes drin. Also, wie ihr seht, es ist jetzt nicht so eine riesen Make-up-Sammlung, die ihr da, äh, erwarten konntet. Ähm, sondern ganz normal. Hier auf meinem Arbeitsschreibtisch noch, ähm, mein Nagellack-Regal. Nagellack benutze ich momentan eher selten, weil ich ja immer so zum Shell-Lack machen lassen gehe. Ähm, beziehungsweise Shell-Lack machen lasse, so. Dann habe ich da auf meinem Schreibtisch meine ganzen Parfums. Alles Victoria's Secret welche. Ähm, eine Handcreme. Ich brauche immer eine am Arbeitsplatz. Dann natürlich meinen Laptop. Mit ein paar Kerzen. Dann da oben Hand Sanitizer Bath & Body Works. Da muss ich unbedingt wieder welchen... Da muss ich unbedingt wieder welchen nachbestellen. Ich liebe die. Und ich, ähm, hole die momentan immer über Ebay. Ich fliege allerdings dieses Jahr wieder. Das heißt, ich kann mir wieder ein paar kaufen. Und auf der Fensterbank steht noch mein Halsketten-Ständer. Sagt man das so? Auf jeden Fall hier sind alle meine Halsketten dann einmal dran. Ähm, ist jetzt auch nicht so mega viel, viel was... Ja, viel Gold halt auch. So ein paar Chokers. Und ja, genau. Und ja, das war eigentlich dann auch schon alles. So, das war's mit meiner Schmink-Sammlung. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und, ähm, falls ihr irgendwie zu irgendwelchen Produkten mehr sehen wollt, irgendwie, ähm, dass ich euch da mal eine Review dazu mache oder sowas, sagt's mir gerne. Schreibt's mir in die Kommentare. Dann mach ich das sehr, sehr gerne für euch. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye! Bye, bye!